Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um zwei Kaninchen, um Möhrchen und Pauschen. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und nun viel Spaß. Das erste Thema ist Futter. Beide bekommen Kraftfutter. Möhrchen ist ein freches, süßes und schnelles Kaninchen. Pauschen ist ebenfalls süß, manchmal frech und schillig. Beide sind zwei Jahre alt. Möhrchen hat am 22.02. Geburtstag und Pauschen am 23.02. Beide sind Männchen. Möhrchen ist eher ein Frauenmix, wohingegen Pauschen grau-weiß ist. Beide haben Schlappohren. Als Gehege haben sie einen Stall mit einem Auslauf. Das war es auch schon mit dem Video von Möhrchen und Pauschen. Im nächsten Video geht es über Chibi. Schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!